Hallo liebe CrossFit Tübingen Community, herzlich willkommen zu einem zweiten Kettlebell Workout im neuen Jahr. Im Warm-up erwarten euch die Übungen Flank Kettlebell Taps, Air Squats, Partial Tracker Scat Ups sowie Single Arm Cleans in Kombination mit Front Squats. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Habt ihr diese Woche, zur nächsten Woche, die einmalige Möglichkeit, euren Kettlebell-Coach den Arsch zu versorgen im Sinne einer B2 Coach Challenge. Hier in dieser Woche findet das Ganze im Stil eines Every Minute on a Minute für 12 Minuten statt. Die Übungen, die ihr dabei durchführen werdet, sind Double Kettlebell Cleans gepaart in deinem Thruster. In Runde 1 eine Wiederholung, in Runde 2 zwei Wiederholungen und so weiter. Die Gewinner, männlich sowie weiblich, erhalten von mir ein Getränk ihrer Wahl, sobald die Box wieder ihre heiligen Pforten öffnen darf. Und ich wünsche euch dabei viel Erfolg und Kraft und bin auf eure Ergebnisse gespannt. Diese Trainingseinheit schließt ihr dann mit einem Time Cap 10 Up, bestehend aus drei Übungen. Übung Nummer 1 sind Single Arm Push Drugs, Übung Nummer 2 Single Leg Bend Overalls und Übung Nummer 3 sind Alternating Single Arm Reverse Lunches. Versucht bitte keine Pausenzeit einzunehmen und wirklich über den Kurs dieser 10 Minuten durchzuarbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß und sage bis bald, euer Karl. Wir sind hier an! Sehr gut, ich bin dran! Wenn wir jetzt mal ein раз Originallycond Recht über das Ge precedente Lauf